Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Spielverderber-Box von Mauli. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Spielverderber von Mauli. Wir sehen hier so eine schwarz-graue Oberfläche, erinnert ein bisschen an Metallic oder Carbon, reines von der Optik. Dann haben wir hier den goldenen Schriftzug Mauli mit verrinnender Farbe und hier unten so wie eine Metallplakette Spielverderber. Diese Optik zieht sich hier dann rechts weiter durch, unten ebenfalls und oben genauso, hier haben wir nochmal den Schriftzug von Mauli. Auf der linken Seite ebenfalls diese Metalloptik und auf der Rückseite, wie könnte es anders sein, auch nochmal diese Optik inklusive eines großen Barcodes und der Credits, der daran Beteiligten. Es handelt sich hierbei um eine schlichte Clubbox. Das Album Spielverderber von Mauli aus dem Jahr 2015 und das Ganze meines Wissens nicht über Amazon oder große Versandhändler erhältlich gewesen, sondern nur über den Immer-Ready-Shop, über den ja unter anderem auch Marvin Game seine Sachen vertreibt. Wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier zwei Plastik-Handschuhe, dann haben wir hier Sticker, vier Stück an der Zahl, dann zweimal Sticker bzw. Schablonenvorlagen, schauen wir uns das dann noch im Detail an, dann haben wir zwei Marker, also zwei so Lackstifte, Markerstifte und einmal das Album an sich, Spielverderber, wenn ich es rausbekomme, so, Spielverderber und dann auch noch die Instrumentals zum Album. Die Box von innen in schwarz gehalten und hier wie so oft ein Einleger, wo das Album und die Instrumentals Platz gefunden haben. Gut, die Box machen wir mal zu. Wir fangen wie immer an mit dem Album an sich. Wir sehen gleich mal auf den ersten Blick, wir haben es zu tun mit einem Digi-Pack, keine Plastikverpackung, sondern ein Digi-Pack. Auch hier wie auf der Box dieser Mauli-Schriftzug und darunter diese Spielverderber-Plakette, diese Carbon, diese Metalloptik wieder. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist und diese ist alles andere als leicht zu lesen. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Tracks. Elf Tracks sollten es sein, jawohl. Mein Favorit dieser elf Tracks ist der Track Nummer acht, müsste das sein, 19, elf, klar. Also Track Nummer acht, ewig. Und wir haben hier keinerlei Features angeführt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, es waren noch echt alle Solo Tracks. Also es wäre jetzt kein Feature bei mir im Gedächtnis. Ich glaube, es waren echt allesamt alle elf Solo Tracks. Es ist ja auch das Debütalbum, das erste richtige Release von Mauli gewesen. Hier lesen wir dann noch Mauli Spielverderber-Credits, wieder einen Barcode. Und von der Seite, von der Rückenansicht, Spielverderber-Mauli lesen wir hier. So, dann haben wir hier rechts die CD und links ein Booklet vorliegen. Das fühlt sich relativ dünn an. Also, was haben wir hier? Alles gut? War das der erste Track? Jawohl, alles gut war der erste Track. Also, die Tracks haben hier eine eigene Seite, inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Und Fotografien. Auf dieser Seite sind dann zwei Tracks aufgelistet. Also, ein Inferno, ein Höllenfeuer und hier Kreuze. Mauli. Weitere Tracks, beziehungsweise ein Track aufgelistet. Also, die Elemente, die sich hier wirklich durchziehen, sind einmal Feuer und einmal so, ja, Graffiti, beziehungsweise Tagging. Und diese Kreuze begleiten uns auch durch das Booklet. Dann haben wir hier eine, ja, mehr oder weniger Widmung oder Danksagung. Könnt ihr natürlich an dieser Stelle gerne anhalten, das Video, wo ich das Ganze in Ruhe durchlesen. Dann hier nochmals die Credits. Okay, dann haben wir hier hinter dem Booklet nochmal den Mauli-Schriftzug in Grau. Dann werden wir das Booklet mal wieder verstauen. Wenn es mir gelingt, das Ganze hier rein zu machen. So, aber jetzt. Und die CD sieht so aus, schwarz und weiß. Weißer Mauli-Schriftzug auf schwarzer CD. Und, alter. So. Schatz, glaubst du, dass ich das kaputt mache. Die CD klassisch in Silber. Und hinten die Rückansicht schwarz. Okay, das war das Album. Dann haben wir natürlich noch die Instrumentals. So sieht das Ganze aus. Instrumentals lesen wir hier ansonsten das Cover 1 zu 1 wie auf der CD oder auf dem normalen Album. Okay, hier die Tracks deutlich leichter zu lesen. Also, elf Stück an der Zahl. Inklusive zwei Remix. Und zwar einmal vom Track Mauli und vom Track Meine Jungs. Die hier ja nicht drauf sind. Beziehungsweise doch, meine Jungs ist drauf. Aber, ist die Frage, ob mit Mauli, Mauli Part 2 gemeint ist. Aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich nehme mal an, es ist der erste Teil gemeint, der sich nicht auf dem Album findet. Beide Male geremixed. Also insgesamt 13 Instrumentals, beziehungsweise elf Instrumentals und zwei Remix-Versionen. Dann hier auch wieder die Credits. So sieht die CD aus. Mauli mit goldenem Schriftzug. Und das Ganze in einer Papphülle. Gut, dann haben wir vier Sticker an der Zahl. Allesamt ident. Nämlich schwarz, querformat und orangenem Mauli-Schriftzug. So sieht das Ganze von hinten aus. Also, viermal der Sticker. So, mehr oder weniger Postkartenformat. Dann haben wir diese zwei Sachen, die ich sehr interessant finde. Also meines Erachtens sind das Schablonen, beziehungsweise Vorlagen. Würde ja auch zu den Markern passen. Ich werde das mal kurz... Moment, schauen wir hier noch. Ja, klar. Also, wir sehen es hier. Das Ganze ist so eine Plastikschicht, die hier klebt. Die sich dann irgendwo anbringen lässt. An einer, ja, an einer Wand, an einer beliebigen Oberfläche. Und hier ist das Ganze ausgeschnitten. Sprich, das ist nicht aufgedruckt, sondern hier ist freigelassen. Können wir uns das mal kurz anschauen. Ich habe hier zwei. Also, wenn jetzt einer da ein bisschen drunter leidet, ist jetzt nicht so tragisch. Also hier das Ganze wirklich durchlässig. Das heißt, diese beiden Teile, diese beiden grauen, vermeintlichen Sticker, ich dachte echt erst, das wären Sticker. Aber in Verbindung mit den Markern macht das natürlich Sinn. Dürfte das als Vorlage, als Schablone gedacht sein. Sprich, das bringt dann eine Oberfläche an. Und dann kommen diese Stifte hier zum Einsatz. Also, die beiden hier zweimal vorhanden. Sowohl die Stifte, als auch die Vorlagen. Und die Stifte sind so hier mit so einem, ja, wie nennt man das nochmal, mit so einer Markerspitze, mit so einem Schwamm, mit so einem kleinen Schwämmchen vorne. Und das Ganze, meines Wissens, Ultra Permanent Ink Marker ist klar. Es würde mich jetzt nur interessieren, die Farbe steht jetzt nicht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass der Marker schwarz sein wird. Also, 15 Millimeter, okay. Hard to buff, Ultra Permanent Ink Marker on the run. Also, für alle, die sich auskennen rund um Graffiti und Tagging, die wissen auf jeden Fall, was damit zu tun ist. Und nachdem die so Ultra Permanent sind, von der Farbe her, hat man dann auch hier vorgesorgt mit den Handschuhen. Das sind so ganz klassische, ja, Plastik-Handschuhe. Relativ. Ja, eng anliegend. Ich schaue jetzt gerade, ob ich es schaffe. Ja, oh ja, also es geht. Ich komme halbwegs hinein. Also, mit diesen Handschuhen könnt ihr dann natürlich mit diesen Markern arbeiten, ohne Gefahr zu laufen, eure Hand oder eure Haut damit anzumalen. Und in Verbindung mit dieser Schablone dann diesen schönen Mauli-Schriftzug an diverse Oberflächen anzubringen. Zweimal die Stifte inklusive zweimal diesen Schablonen. Und einmal dieses Paar Handschuhe als Ergänzung dazu. Das war der Inhalt soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was hier alles in der Box befindet. Diese zwei Handschuhe, dünnen Schwarz- und Plastik-Handschuhe. Dann diese zwei Permanent-Marker, meines Wissens in schwarzer Farbe. Diese zwei Schablonen mit dem Mauli-Schriftzug, viermal der Sticker, Mauli der Schriftzug, die Instrumentals zum Album in der Papphülle und das Album an sich im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box Spielverderber von Mauli. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mauli unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt aber euch auf. Ciao.